Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Wir machen hier wieder weiter. Das Wort hat mir aufgehört. Wir kommen schon echt wirklich gut voran. Und ja, was machen wir denn als nächstes? Eine Vorschau? Oder? Wir machen einfach mal eine Vorschau. Ich hab Lust da drauf. Uh, Porto 911 GT3 RS. Das ist ein guter Wagen. Ja, es gibt es halt, weil... Ja, war mir jetzt nicht unbedingt zu hören. Mal schauen. Wir schauen mal, wie es heute so läuft. Okay, hier ist eine Zeitrennen. Aber gut, das schaffen wir jetzt schon irgendwie, denke ich mal. So. Sehr gut, die Erpressung gibt schon echt viel. So, mal schauen, ob wir das irgendwie schaffen. Hier ist am wenigsten Silber. Oder halt Bronze, wie es halt geht. Und ja, was wünsche ich alles auf Gold machen. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Kommt eng zur Zeit erst gut voran eigentlich. Also, haben sich halt erst wenig Schwierigkeiten. Aber... Es wird halt immer schwieriger. Ah, Mist. Ich weiß nicht, ob wir gut denn jetzt Zeit sind. Aber ich hoffe mal schon. Wir haben eigentlich gar keinen richtig großen Fehler gemacht eigentlich. Boah, das war knapp. So, einmal hier rum. Komm schon. Wem ist das irgendwie hinbekommen. Nein. Arschidiot. Gut. Ich dachte, der wäre schon durch. Aber... Na gut. Demi denke ich noch schon irgendwie, doch irgendwie hin. momento. Also, ich hoffe es mal. So. Und auf drei Kilometer noch. Na, könnte knapp werden. Und schon. Okay, dann Konkse. Naja, egal. Konkse ist auch ganz okay. So, machen wir mal weiter. Okay, das ist jetzt Fat Pursuit Event. Eine Vorschau. Schnelleinsatz. Was haben wir hier noch? Auch Schnelleinsatz. Also machen wir zuerst das eine. Machen wir mal eine Vorschau. Ja, wie gesagt, ich mache hier eigentlich 100%. Sondern einfach halt die, dass ich wenigstens ne Bedarbein habe. Ja, selbstverständlich bin ich echt nicht so gut. Das ist eine Trainingsübung, aber du wirst genau so bemerken, als wir haben eine echte Situation. Nein, okay. Ich denke schon wieder neu starten. Ah, Mist, das war ja das mit den Zeitstrafen. Stimmt ja. Da war ja was. Okay, gehen wir hin. Alle Einheiten bitte wählen. Das ist eine Notfallsituation. Okay. Mal schauen, ob wir das hier hinbekommen. Wäre super. Mal schauen. Mal schauen. Mist. Aber okay. 12 Sekunden gehen ja noch. Okay, vier Sekunden. Es ist halt manchmal schwierig, weil Es ist halt richtig schnell der Wagen Und man will ja auch schnell zum Ziel kommen Deswegen passieren halt da und da ein paar Fehler Aber das Glück ist, die Schecke nicht so lang Ah, ok Dann machen wir die Abkürzung hier Ok Ja, komm schon Ich habe leider zwei Fehler zu viel gemacht, sonst hätte ich es bestimmt geschafft Aber ok So, da haben wir das alles Da ist noch mal ein Pursuit Event Zeit fahren Hier war einfach mal ein Pursuit Event Hören wir mal hier weiter Stimmt ja, mir alle ist neu Ach, wenn wir in Pursuit So, genau Wir müssen eigentlich schon ins Ziel kommen und natürlich nicht verhaftet werden Natürlich Kriegen wir hin, denke ich mal Also ich hoffe es natürlich Oh, 90km ist schon erschlank zu sein Aber wie gesagt gehen wir irgendwie hin Okay, da ist schon mal der erste Na gut Oh, MP Oh, MP Oh, MP Oh, MP Oh, MP Oh, Glück gehabt Ich habe ein bisschen Glück gehabt mit den Cops hier zurzeit Oh, MP Ach Mist Ich muss stimme hier ein bisschen rankommen Nicht bei mir Ach schade Ach komm, schon wieder nehmen Das war knapp Das ist cool mit den zwei Nagelbändern Oh, Straßenschwere Glück gehabt Ich bin gut noch durchgekommen Ja gut, ich hoffe mal, dass wir es hinbekommen Jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus Jetzt für den ersten Versuch Sehr gut Okay, Takedown, okay Oh, das war knapp Der nächste Kopfwagen weg Ich habe ein bisschen Ruhe Noch eine neue, okay Wo? Oh oh Nein, ich stehe hier Ach Mist, ich habe das MP-Engels Das war längst die Störsänder Aber wir sind immer auf Erster Okay, wir waren erst dann Oh oh Wirf den Halt Jetzt machen die ernst Glück gehabt Noch mal Glück gehabt Ich muss ein bisschen rankommen Komm schon Komm schon Nein Was ist los? Ja Ach komm schon Genau kurz vor dem Ziel Natürlich Mal wieder Ach man Wir waren so gut Wir waren erster Platz Und dann Eine Kurve Und dann ist alles vorbei Na gut Nochmal Bei dir ist man Weiß ich wenigstens Was hier Alles passiert Ach Mist Jetzt habe ich so früh einen Fehler gemacht Aber schon in Ordnung Wir haben noch Zeit Die eine wurde getroffen Okay Wow okay Titten Gotts Und Crash Oh Oh Glück gehabt Wir versuchen es immer wieder Oh man Oh man Sehr gut Ich hoffe er lässt mir Mir jetzt Endlich mal die Ruhe Hier Ich hoffe er lässt mir jetzt schon die Ruhe hier Okay Look up Nein Ach komm Das Gute ist Die sind alle nah beieinander Das Gute Und wie der erste Sehr gut Ich muss ein bisschen Gas geben Nämlich ich ein bisschen Vorschung von den Kopf habe Oh das war knapp So einer zerstört Ich habe nur noch einen noch da Glaube ich Aber kriegen wir hin Ach Mist Ja Dankeschön Ja Was denn Hat denn jetzt schon los Verkehr Verkehr Kontroll Wiederhole Verkehr Die gehen ja richtig ran Gerade Okay Ich bin doch ein bisschen Schwäger als dachte Ich bin schon wieder Ich bin fast kaputt Oh okay Ja Wir sind zweiter Das ist gut Du riechst mich jetzt süß mit deinem AIMP Komm schon Nein Ah ne ist schon wieder Aber irgendwie ist ein dritter Bis jetzt Komm schon Nein Oh Okay Wir sind nun Zweiter Immerhin Wow Das war schwierig Wirklich schwierig Ah sehr gut Und dann über die Stufe 2 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 Jetzt kommen wir uns in die Exotten Serie So ein Wagen ist cool Aber auch richtig teuer So letztes Ich würde sagen Hiermit Bench den Part Ich hoffe es hat euch gefallen Nächsten Part Gehst du dann weiter Machen wir mal weiter Und wer es euch natürlich gefallen hat Könnt ihr gerne Daumen geben Oh bis nächstes Mal Von Need for Speed Hot Pursuit Bis nächstes Mal